Ich bin nun mal kein Indianer. Meinst du, ich bezahle deine Hilfe mit Gold? Ich bin doch kein Lump! Der junge Mensch entfernte sich. Die Luke klappte wieder zu. Tukaito feilte in stundenlanger Arbeit ein Glied seiner Kette durch. Um Mitternacht begannen seine Krieger den Angriff, um ihn zu befreien. Tukaito versuchte durch die Luke zu kommen. Vergebens. Brad Fox schrie draußen seinen Leuten zu. Mach den Burschen im Keller fertig! Er entkommt uns nicht! Die Bodenluke zum Kommandantenzimmer wurde geöffnet und zwei Mann sprangen herab. Der eine der beiden Männer hob sein Gewehr und schlug mit dem Kolben in sinnloser Wut zu. Tukaito verlor das Bewusstsein. Verdammt! Schau, was das ist! Eine Eisenpfeile! Zeig her! Das ist Erdamspfeile! Rauf von der Verräter an den Strand! Los, Erdams! Wo ist Erdams? Erdams? Wo ist Erdams? Erdams? Erdams! Erdams! Erdams!